Olympia ist vorbei, wir haben beide sehr viel Sport geguckt und deswegen ranken wir jetzt rückblickend alle Sportarten von der Beschissensten zur Besten. Platz 46, Fußball. Platz 45, rhythmische Sportgymnastik. Platz 44, Breakdance. Platz 43, Synchronschwimmen. Platz 42, Taekwondo. Platz 41, Judo. Platz 40, Ringen. Platz 39, Hockey. Platz 38, Wasserball. Platz 37, Segeln. Platz 36, Marathonschwimmen. Platz 35, Rugby. Platz 34, BMX Race. Platz 33, Sportklettern. Platz 32, Rudern. Platz 31, Gewichtheben. Platz 30, Triathlon. Platz 29, Fechten. Platz 28, Moderner Fünfkampf. Platz 27, Kanuslalom. Kanuslalom. Da wo man Einzelfährt. Platz 26, Boxen. Platz 25, Radsport, Straßenrennen. Platz 24, Trampolinspringen. Platz 23, Golf. Platz 22, Kanu-Rennsport. Also da wo sich so mit vier Leuten fahren. Platz 21, BMX Freestyle. Platz 20, Schießen. Platz 19, Volleyball in der Halle. Platz 18, Surfen. Platz 17, Mountainbike. Platz 16, Dreimaldrei Basketball. Platz 15, Frauenfußball. Platz 14, Reiten. Platz 13, Skateboard. Platz 12, Radsport, Bahnradrennen. Weil da viele Rekorde gebrochen wurden. Platz 11, Badminton. Platz 10, Tischtennis. Platz 9, Bogenschießen. Platz 8, Turmspringen. Platz 7, Tennis. Platz 6, Schwimmen. Platz 5, Beachvolleyball. Platz 4, Basketball. Platz 3, Handball. Platz 2, Kunsttouren. Platz 1, Leichtathletik. Diese Liste ist endgültig und kann nicht angefochten werden. Es gibt allerdings eine Sportart, die noch nicht da drauf ist, weil sie nicht olympisch wäre, aber Platz 1 wäre. Und zwar Darts. Richtig.